Nervig. Irgendwie. Ein bisschen. Bisschen nervig ist das schon. Komm. Und dann nochmal. Wir schaffen das. Hey. Zack. Im Glück ist ja hier meine Hilfsfliege da. Ja, die mir hilft hier den Käse runter zu... runter zu hauen. Ja. Für das komische Fischvieh. Das Problem ist nur, ich muss halt treffen auch. Nein. Nein. Alter. Ja, überhaupt nicht nervig, das Vieh. Heu. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das bei Varioland 2 und jetzt eben auch 3 ein bisschen nervig finde. Das bei den Bossen. Da wäre mir lieber, wenn man Leben hätte und dann einfach stirbt. Das wie man hier permanent geresettet wird. Ja. Weil man eben unsterblich ist. So. Nummer 2. Komm, friss doch einfach. Ja, das brauchte wieder so lange. So. Nummer 3. Käse. Komm. Wir sind. Ja, deins. Gerne. Für dich. Nein, nein, nein. Boah. Das war zugegebenermaßen etwas knapp. Ja. Oh. Oh. Ah, okay. Was ist jetzt? Ah, okay. Jetzt kann ich mit dem... Ach, jetzt verstopft. Ach, jetzt verstopft der die Leitung. Okay, verstehe ich. Jetzt verstopft der die Leitung. Jetzt ist hier unten keine Strömung mehr, oder? Ja. Ach, wie cool. Hahaha, wie cool. Okay. Hallo, grüne Kiste. Danke. Wie ist denn das? Ein kleiner Kobold. Okay. Das letzte Power-Up wäre cool. Wenn ich das nämlich hätte... Oh, jetzt baut der irgendwo Sachen dran. Wo das jetzt auch immer sein soll. Ach, okay. Im S3. Ja, okay. Und im N5 auch noch. Also, die Liste der Levels, die ich aufsuchen soll, wird immer länger. Ja, speichern fertig. Das ist schön. So. Ja, gehen wir als nächstes in S4. Ich mach's jetzt einfach der Reihe nach. Ah, W3. Nein. Ich möchte nach Süden. S4. Und das war hier der steile Canyon. Ah. Schwimm gegen den Strom, Vario. Du kannst es. Ja, du kannst es wirklich. Oh mein Gott, Vario. Du bist ein Naturtalent. So. Ja. Und Schwimmzüge. Und Klimmzüge. Und nee, Schwimmzüge. Und wir bleiben bei Schwimmzüge. So. Und durch hier, durch hier. Ja, ich weiß, das Video oben auch... Ähm, okay. Hier war's, glaube ich, ein bisschen sinnlos, was ich gerade gemacht habe. Oder? Gibt's hier irgendwo noch Strömungen? Nee. Die haben wir ja wohl schon, oder? Hallo, Frosch. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, was ich hier gerade mache. Hatten wir ja sonst noch hier irgendwo Strömungen? Ja, aber die graue Kiste, die haben wir schon. Hatten wir irgendwo hier sonst noch Strömungen? Hm. Das ist eine gute Frage. Strömung. Gut, da ist die Tür. Die braucht man eigentlich, ehrlich gesagt, eher nicht. Nein. Gab's hier irgendwo noch Strömungen sonst? Hm. Aber wir haben jetzt nach dieser, wir können jetzt Strömung schwimmen, Fähigkeit, wurde uns das Level ja angezeigt. Aber offensichtlich, naja. Fälschlicherweise. Moment, was mache ich jetzt? Eigentlich hätte ich da oben durch... Ach, da bekomme ich ja nur diese doofe Münze. Da müsste man auch noch durch. Diese Wände. Ja, die sind noch... Na toll. Danke, Hand. Aber hier komme ich ja definitiv. Bringt... Bringt mir das irgendwo was, dass ich hier Strömungen bezwingen kann? Ja, da war wahrscheinlich hier noch so eine Strömungszeuge, oder? Gedöns. Ja, ist klar. Genau. Dann nehmen wir eben diesen Weg, ist auch gut. Schwimm, Wario. Schwimm, du schaffst es. Ja, du bist ein Naturtalent. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Wario. Ah ja, genau. Einmal durch, danke. Ähm, bitte einmal in der Runde. Okay, wo sind wir denn hier wieder gelandet? Also, nee, nee, so ist nicht richtig. Wir müssen einmal den da machen. Und einmal dann... Ähm, ja. Okay. Moment. So, ja klar. Für eine Münze tue ich... Toll. Da haben wir jetzt... Na super. Ach so. Und da bekomme ich dann hoffentlich den Schlüssel da oben irgendwo. Oh, hallo, eine Eule. Ach, wie süß. Ich mag Eulen nicht. Ich guck mal kurz. Nicht, dass wir den ganzen Spaß umsonst machen. Das wäre nix. So, Eule, wo bist du? Lebst du noch? Hallo, Eule. Oh, du bist mein treuer Freund. Toll, das ist eine Turbo, Eule. Das ist super. Da. Toll, eine Münze. Ah, da drüben ist der grüne Schlüssel. Ich glaube, den bräuchten wir. Moment. Ja, das geht natürlich so einfacher. Hallo, Eule. Bleibst du hier? Ich will doch... Bleibst du hier? Ja, es wäre ohne den Sternchen wäre es auch schon schwierig genug. Muss ich sagen. Aber mit den Sternchen ist natürlich ein ganz anderes Level, ja. Wollte ich da hinten runter? Wollte ich da hinten runter? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wollte. Aber ich glaube, wir gehen da dann nochmal rein. Ne, ich will da eigentlich... Oder vielleicht kann ich hier gar nicht rein, ja, oder? Ja, gut, ich muss hier hinten runter, okay. Na toll. Dann müssen wir nochmal hier durch mit den schönen Sternchen. Ja, toll. Kurz vor dem Ziel. So kurz vor dem Ziel. Verdammt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Eulenpassage sehr mag. Die habe ich auch bei Varioland 2 schon geliebt, ja. Mit diesen Eulen, die einfach so richtig schön zu steuern sind. Und so richtig überhaupt nicht übertrieben schnell sind. Und, ja. Komm, ja. Okay, geht doch, ja. Ja, toll. Nein. Brüssel, brüssel. So, weiter. Ja, rote Schlüssel, der ist mir egal. Bei Rot haben wir schon. Und schneller, schneller, ja, Mario, schneller. Wie beim olympischen Schwimmen. Du schaffst das, Mario. Gut. So. Jetzt nochmal hier hoch. Schön repetitiv, ja. Tolles Spiel. Können wir eigentlich so auch... Ja, das geht auch. Okay. So, einmal da noch dasselbe. Bleibst du bitte oben? So, genau. Und grüne Käste ist meins. Und was ist drin? Was haben wir da? Was kriegen wir da? Oh, ein Telefon. Das ist ja schön. Ein grünes Telefon. Toll. Können wir damit jetzt den Notdienst anrufen, damit der uns diese komischen Stahlstreben entfernt? Der offensichtlich nicht. Okay, war nur ein Schatz. Na gut. Ja, dann das Nächstes. Ist das West? Nein, das ist Ost. Da will ich nicht. Ich will nach West. Das war dann da, genau. Nehm ich... War es da? Ja. War irgendwie klar, dass das hier ist. Jetzt ist mir die Frage, wo... Also auch wieder mit Schwimm-Dings. Ne, da war es nicht. Da brauchen wir gar nicht gucken. Auch wieder mit Schwimm-Gegenden-Strom-Aktionen. Ja gut, aber wir müssen das nicht überall machen, wo wir es... Na toll. Nein. Blöden Blasen. Hilft mir raus aus der Blase. Danke. Nicht nochmal rein. Und da ist ein Fünf-Tonnen-Gewicht. Das können wir natürlich nicht wegschieben. Aber war da jetzt irgendwo etwas, wo ich gegen den Strom schwimmen hätte müssen? Ja, da. Gut, es geht, aber es ist echt nervig. So, nach unten. Ich versuche den richtigen Weg einfach. Dort, wo mich der Strom hinführt. Moment. Ach, ist das ein Geheimweg? Ach, sieh an, sieh an. Wo führt der hin? Oh, ah, oh. Na toll. Super, muss ich jetzt? Na super. Ernsthaft, du wirst mich doch verarschen. Ja, das Spiel will mich offensichtlich wirklich verarschen. Ich muss jetzt hier ein unterirdisches Wassertreib-Labyrinth durchs... Okay, es ist offensichtlich nicht. Ja, 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 und nach unten. Wahrscheinlich ist hier jetzt nicht mal der Schlüssel, sondern die Kiste, oder? Ah, nee, es ist der Schlüssel da, Gott sei Dank. So, was ist hier? Ich will da durch. Naja, geht nicht, okay. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ist nur die Münze. So, roter Schlüssel. Sehr schön, ist eine Kiste, die wir noch nicht geöffnet haben. Alles andere wäre jetzt auch merkwürdig gewesen. So, nach unten. Ja, ich sehe genauso wenig wie ihr, Leute. Wundert euch nicht. Dann haben wir hier. Okay, ach so, da ist jetzt. Okay, gut. Im Endeffekt. Naja. Egal, wir haben den Schlüssel schon. Ich muss da, ich muss mir da jetzt keine Gedanken drüber machen, warum das jetzt so war und überhaupt. Und ja, alles nicht so schlimm. Das ist nur die Frage. Juhu, eine Münze, toll. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja, sind wir wieder da. Gut, jetzt haben wir aber nur den roten Schlüssel. Die rote Truhe ist jetzt... Ach, stimmt. Ja, ich weiß schon. Ja, die Truhen, die waren alle da drinnen versteckt. Und ja, ich kann mich erinnern. Wo ich mich immer gefragt habe, ja toll, was soll das jetzt? Jetzt habe ich zwar den Schlüssel erhalten, aber die Truhe... Ja, toll. Nein! Ich will das nicht. Gott sei Dank. So, rein da. Ja, und hier war das ja alles versteckt. Ganz fies verstecktes Zeug. Gehen wir mal da rüber. Und ich glaube, die rote war dann... Wahrscheinlich sogar da drinnen, oder? Oder wo war die rote jetzt? Oder war die rote jetzt... Gucken wir mal da rein. Ob da die rote war. War da die rote? Ah, verdammt, jetzt sehe ich das genau. Sehe ich das jetzt nicht. So, komm her. Ist egal. Wir lassen uns einfach einmal durchhauen. Ähm, Raupi? Hallo? Bitte verraupe mich. Juhu! So, zack. Und... Ja, komm, es reicht. Wir haben gesehen, dass es Spaß macht. Es reicht ja. Äh, wie schwindelig. Ja, mir wäre auch schwindelig. Bitte sag, ist das die rote? Ist die grüne. Okay. Gut, daneben nicht. Dann eben nicht. Dann war die rote wahrscheinlich doch da... eher da oben. Also, wir gehen da und dann in die Richtung und dann da und dann da rüber. Da, glaube ich, war dann die rote, oder? Ja, wunderbar. Rote Kiste. For the win. Ach, hey. Brab. Böser Geist. So. Gut. Und die rote Kiste. Jo, wir haben wieder einen Wachsmalstift erhalten für unser Bonus-Mini-Game-Dingens. Schön. Jetzt können wir das vielleicht sogar bald mal machen. So, gut. Als nächstes, ähm, S3 ist angesagt. Jetzt habe ich es mir ja schön aufgeschrieben. Wo war S jetzt? Ne, geht immer noch nicht grün für uns noch. Das ist Nord, da wollen wir nicht hin. Ja, ich weiß. Danke. S, bitte. Achso, das war der Turm, ne? Genau. Da haben wir uns jetzt nette Kobolde... ...einem Weg nach oben angemalt, ja? Also, ne, nicht angemalt, sondern angelegt einfach. Das war jetzt nicht so klug. Ich hab gesagt, das war nicht so klug. Mach's aber zweimal nochmal. Das ist... Das ist ja nicht klug. So. Na komm, Gott sei Dank. Ja, komm und jetzt, du darfst dich, du darfst dich jetzt brennen. Danke. Ja, nicht, nee, jetzt brennen. So ein bisschen runter. Okay, gut. Ging schneller ins Wasser. So. Kobolde auf Doom. Wo habt ihr jetzt das gemalt? Gehen wir da mal hoch. Endet nix. Okay. Ähm. Muss ich da durch? Nee. Bin ich jetzt drauf? Ich muss doch hier nicht... Muss ich hier rein, wirklich? Na toll. Nee, da muss ich... Nein, da muss ich, glaube ich, nicht rein, oder? Wo haben die jetzt dran gemalt? Also hier, Klettergitter ran gesetzt. Also du hast mich doch gar nicht getroffen. Ich bin dir doch auf den Kopf gestiegen. Oder ist das genau das Problem? Dann weiß ich es nicht so genau. Oder ist das hier das Klettergitter? Nein, ich will noch nicht fett werden. Nee, das ist hier nirgends. Okay. Das ist dann nur für die rote Münze. Gut, dann gehen wir. Ich kann hier nicht gehen. Okay. Nein, ich will nicht fett werden. Ich bin auf die Eid. Ich hatte gesagt, ich bin auf die Eid. Na toll. Wobbel. 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 Naja. Naja, naja. Jetzt ist nur die Frage, wie kam ich da jetzt nochmal rüber. Wie kam ich... Bin ich jetzt doof? Wie kam ich da jetzt nochmal rüber? Ja, offensichtlich bin ich doof. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich da rüber gekommen bin. Ich muss den Ofen da runter klopfen. Ich muss den ganzen Tag rüber. Ja, ich bin trottet. Klar. Alter, ja, ich... Also manchmal, an manchen Tagen wäre es besser, wenn ich im Bett liegen bleiben würde. Ja. Der Effiziente für mich und die ganze Menschheit. Ich bin jetzt da... So, danke. Oven bleib hier. Du machst einen guten Dienst, wenn du hier einfach herumstehst und nichts machst. Und dann komme ich dazu mindestens rüber. So, und du hast auch ab. Danke. So, und hier müsste das jetzt irgendwo gewesen sein. Ist hier irgendwo ein von Kobolden, ähm, erweitertes Klettergerüst. Ah, ja, genau. Juhu. Nein, ich will nicht fett werden. Ich bin auf die E. Hab ich gesagt. Und vor allem nicht von Äpfeln, bitte. Nein. Was ist da? Okay. Da kann man offensichtlich noch nicht rein, würde ich sagen. Ich guck mal da noch. Aber das ist wahrscheinlich... Nee, das ist nur okay. Nein. Ich will... Ich weiß nicht, warum... Ich hab den Drang, zuerst nach unten zu gucken. Ich muss doch... Ich will fett werden. Nee, ich will euch nicht fett werden, aber irgendwie muss ich fett werden. Na toll. Das Spiel zwingt mich zum fett werden. Das geht doch nicht. Lass mich fett werden. Ja. Vom glasierten Weihnachtsapfel werde ich richtig fett. So, und dafür haben wir jetzt den Schlüssel. Richtig fies wäre, wenn da jetzt der Boden durchbrechen würde und wir dann wieder ganz unten liegen. Aber zum Glück ist das Spiel nicht so gemein. Natürlich pritzelt mich das Ding, ist klar. So, was haben wir hier in der Münze? Okay, die Münze brauche ich nicht. Das wird ja nochmal ein Spaß, jedes Level, um die Münzen zu durchsuchen. Nein, ich will jetzt nicht mehr fett werden, war ich heute schon. Einmal fett pro Tag reicht mir. Das wird das jetzt wieder für eine Geste. Zeig mir dir einfach die Zunge. Das darf ja... Okay, nein. Ja, toll. Nein. Boah, das war knapp. So, und die grüne Kiste. Juhu. Oh, eine Schatzkarte. Was die wohl zu verbergen hat? Oh, der Weg auf den Berg. Schön. Aber es gibt ja noch ein anderes Level. Oh, es gibt ja noch das andere Level, das mir empfohlen wurde. Von der Zwischensequenz. Für die Frage, wo das jetzt war. Hier. Nein. Das nördlich. Genau, sehr schön. Nehme ich hier. Die Diamantenküste, oder wie wir die auch immer genannt haben. Ich weiß zwar nicht, bei welchem Zuge, ob das auch beim Paddeln war oder bei irgendwas anderem. Ich weiß es nicht mehr.